Ich nehme das doch direkt mal auf das hier, dass die doch gut ist. Wir sind auf jeden Fall ein Squad. Das ist doch noch gut. Wollen wir alle eine Gang machen so? Alle Tiger oder alle irgendwie... Irgendwas? Nein, wegen. Alle Chris. Aber er hat noch nicht auf Play gedrückt. Also lieber noch nicht. Alle Chris, kurz vor drei Sekunden. Ja, weil er meint. Ja, dumm. Eko Junior. So, ich schreibe, es verängstigt den doch. Ach Christian, natürlich. Wenn dir jemand Hi schreibt, dann bist du doch schon der Erste, der wegläuft. Ach, lächerlich. Dann müsst ihr auch auf Play drücken und vorher auf Chris wechseln. Jo, Alter, voll die Gang. So. Scheiße, Alter. Jetzt denkt er Kacke. Jetzt geht's los hier. Er denkt sich, Mist, in ne Kiste. Ja, das glaube ich auch, die Kiste auf jeden Fall. Lass uns die Bucharmy zum Abteu sein, oder? Ne, ich mach Brotautobahn. Er kommt Brotautobahn. Er kommt in der Pataillon. Die Brotautobahn, sagt man auch. Die Brotautobahn. Was? Abtei, ich hab überall Baudinga hingebaut. Er kommt ins Haus. Ich will, dass du es weißt, Herr Sebastian. Alter, was zur Hölle, ey. Das hätt ich mal sehen sollen. Wie sowas war übermenschlich. Oh mein Gott. Hattet ich mit dem Messer getroffen? Oh, jetzt ist die Stimme. Nicht nur. Er kommt jetzt Richtung Garten. Ne, Friedhof. Abtei ist viertelfertig. Okay. Ist immer noch Friedhof da, die Gegend. Kommt jetzt Richtung Garten. Ist jetzt hier im Garten rumlaufen. Geht wieder Richtung Friedhof. Hast Zeit. Er ignoriert die Abtei also komplett. Ist ja nett. Nee, kommt vorne Abtei jetzt. Haupteingang Abtei. Aber ich seh's, ich seh's. Aber er kommt ja, haut jetzt hier das Ding. Okay. Ich hab äh, gleich zwei Drittel Bootautobahn. Er sieht mich nicht. Er ändert mich nicht. Er geht vorne aus der Tür wieder raus, Abtei. Nee, er ist in der Abtei und sucht mich. Hat ein Messer gelegt, scheiße. Geht den Garten raus, Garten raus. Ja, ist im Garten. Kannst du gerne weitermachen? Ich wurde gerade uns Käse. Komm wieder rein, unsichtbar Gartentür. Da kann ich reinkommen. Ich hab ihm was im Weg gebaut. Aber gut, dass er unsichtbar war. Er haut jetzt alles kaputt in der Abtei. Jetzt ist er in Schachfeld. Mhm. Ich hab den Garten wieder angefangen. Oh, mein Generator ist richtig weit zurückgesetzt. Er ist Brotautobahn. Bist du nicht so dann fertig da bei dir? Ja, kurz vor knapp. Ich hab sein Messer ausgelöst, also kommt er wahrscheinlich gleich wieder zu mir. Garten ist halb. Nee, sie guckt hier noch. Sie legt ein Messer hin. Geht jetzt zur Abtei, oder? Sie schlägt noch. Sie schlägt noch. Und jetzt? Nein! Verpisst mich, Alter! Als ob ich bin mit dem Stuhl direkt in ihr Gesicht geflogen, Alter. Oh nein. Der Firenze? Ich hab da mal ne Frage. Muss ich schon wieder bei mir? Und ich hab mir Skillcheck wegen ihr verkackt, die dumme Alte. Jemand kann mal Dana retten, bitte? Ja, könnte schon sein. Oh, Christian, sorry. Das war die Brotautobahn. Alles gut. Achtung, da ist ein Messer. Ich muss mal eben weg. Wo nimmst du sie hin? Sie ist jetzt im Garten. Oh, Weyer. Ich mach Garten weiter. Oh, Weyer. Ja, das ist schlecht. Ich hab grad versucht, Abteiltheiter zu machen. Aber sie hat dich nicht verfolgt. Sie hat dich nicht verfolgt, wenn du das Brot... Oh Gott, sie ist unsichtbar. Das stimmt. Die hat mich immer noch im Garten, ja. Ja, das war ja irgendwann klar. Rotautobahnstuhl. Ach, du hast dich da. Hast du frei gewählt. Aber warte, sonst mach du mal alleine weiter hier. Ich geh wieder in den Garten, sonst geht der Generator wieder zurück. Wieso? Ach, da bist du. Sie ist weg, ne? Ja, ich glaub schon. Ja, sie ist in die Abtei gelaufen. Ist jetzt auch da. Wie man die Abtei macht dafür, hören Sebastian gleich weiter. Ich komm über Schachfeld. Mhm, sie geht Richtung Hütte. Haus, ja. Ich bin The Froschkuh. Hä? Oh, wow. So, dreiviertel fertig in der Abtei. Jetzt muss ich jetzt langsam mal was werden, das scheiß Ding. Wo ist sie? Wisst ihr das? Äh, ne. Friedhof. Ah, sehr gut. Sie geht jetzt schon ein, ne? Zwei Skillchecks noch ungefähr. Hätte ich mal einen perfekten hinkriegen, würde wäre auch gut. Ist von mir jetzt beim Haus hier. Okay, dann ist die Abtei jetzt fertig. Perfekt. Nice, sehr gut. Ja, dann, ich hab jetzt hier noch Schachfeld und wir haben Friedhof noch, den haben wir gewonnen, ne? Weil wir haben die beiden am weitesten entfernten Generatoren noch über, sehr gut. Ist immer noch bei mir hier im Haus. Hallo Frau Kinderfilet, ich würd auch gerne was kaufen. Oh, geil, epische Werkzeuge. Ist ja noch besser als ein blaues Nebel. Ne, sie verfolgt mich nicht mehr. Ja, sie kommt Schachfeld. Ich hab grad meine Werkzeuge eingesetzt, maaaannn. Ich muss meine Werkzeuge noch einsetzen. Ich muss meine Werkzeuge noch einsetzen. Ich hab gar nicht am Bestand. Oh Gott, ihr altes Nebel. Oh, weia. Oh Mann, ich wollte es jetzt boostern. Wir machen den Weg frei. Hihihi. Hallo. Ist immer noch hier am Schachbrett, hab Zeit. Das könnte beim Wiggeln reichen, tatsächlich jetzt so langsam. Aber bei mir nicht. Ah. Der war in dieser, der war eben noch ein Dritter bei uns, der eigentlich geholfen hatte hier, oder nicht? Sie kommt jetzt zu euch, zum Schachfeld gelaufen. Ja, sie kommt nicht zum Schachfeld jetzt. Ich glaubte, nee. Ja, Schach, Schach, nee, nee, Friedhof jetzt, Friedhof. Okay, er kommt zu euch jetzt. Ja, wieso, Christian steht doch jetzt auf. Alles gut, alles gut, ich stehe gleich auf. Ich muss doch da bleiben können. Ja, ja. Ich wusste jetzt, dass sie da beieinander liegt. Ja, doch. Wo ist sie denn? Friedhof, 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 Friedhof. Oder wieder, wieder. Ah, jetzt, jetzt wieder. Auf dem Schachbrett ist ein Dingens. Und war es ein Midi-Pack? Nein, ein Messer. Oh, ich hätte gut ein Midi-Pack gebrauchen können. Ich kann ihr eins geben. Och. Die Dekont... Ja. Danke. Ich brauch kein Leben mehr, sie darf mich nicht mehr auf den Stuhl setzen. Oh, als hat sie mich vorher abgelegt. Oh nein. Verlade ich mich keinen. Ja, ich hab noch ein Giedrich tatsächlich. Ja, es hilft dir mehr als mir. Also, ja, das war mir eine Info. Ja. Schachbrett ist der Hälfte fertig. Mach ruhig weiter, sie ist doch hier. Wir haben auch Ewigkeit in Zeit, ne? Ach, eine halbe Minute. Jetzt läuft sie in eure Richtung. Ach, oder nicht in Richtung Haus laufen, dann löst es das Messer aus. Oh, da ist sie. Oh, da ist sie. Hallo. Oh, da ist sie. Hallo. Christian und ich haben auch noch so viel Zeit raus, sie ist wieder gestunnt, ihr könnt irgendwann das Spiel gewinnen. Ach, doof. Sie ist die ganze Zeit bei der Tür von Abteil, also ihr habt... Er ist jetzt erst zwei Drittel in der Hand. Ja, aber sie ist komplett abgelenkt, sie macht nichts anderes außer mich und Christian hier mit uns spielen. Jetzt, Christian, komm, du bist so weit weg gehüpft. Oh mein Gott. Viel zu weit. Sehr schön, ich krieg wieder meine Ecke zurück. Das war... Ja, wenn sie entschlägt, dann fliegt man richtig weit weg, ne? Das ist mir auch passiert. Das ist direkt durch. Ja, ja, ja. So, sie... Christian und ich haben hier immer noch Spaß mit ihr. Noch einmal ablegen, dann kann ich mich vor einigen, glaube ich, beim nächsten Mal, wenn sie mich trägt. Ja, dann riskiere ich das jetzt nicht, ne? Ich kann... Na, ne, ich bin wieder auf Null! Ich bin wieder auf Null! Weil ihr... Was? Ja, scheiße. Wieso war ich auf Null? Habt ihr die Tür schon offen? Ja, ne? Ne, habt ihr nicht. Nein. Das ist egal. Ich bringe mich jetzt auch zum Stuhl auf den Schatten. GG, well played. Oh, ich kann mich noch frei wiggeln. Ich hab noch Wiggeln übrig gehabt! Jawohl, weg hier! Ich würde mich als was Kleines verstecken. Ja! Du, das Problem ist erstmal was Kleines kriegen! Kleiner Tunneler. Was? Ja, verlassen sie bitte das Spiel. Boah, als Pilz, ey! Keiner muss rausgehen hier jetzt! Ja, soll ich? Ja, geh! Hier ist... Basti ist ganz weit woanders gerade. Ohhhh! Da ist er! Der raus, der raus! Basti, du musst ihn noch ablenken, damit Christian wegkommt. Ja, alles hat einfach noch gestunnt. Alles gut! Das hat ihn nicht geblendet, ne? Das blendet ihn nicht, wenn er blinkt. Wuuu! Gläser auf Blenden, auf gestunnte Killer bringen tatsächlich gar nichts. Boah, das ist natürlich lame. Wiss ich aber auch. Ja, sehr gut. Das war eine schöne Runde, die wir jetzt hier, als das Chris Team geschafft haben. Ja, die Runde am Schachbrett war schön. Das hat Spaß gemacht. Ja, am Ende war noch recht witzig, ne? Ich hab's gehört, dass ich Spaß hatte. Verwende das alte Buch. Verdammt. Gib Christian mal einen Daumen. Für den Spaß, den wir da hatten. Oh, oh. Ja, das war schön. Ja, komm. Guten Doppeldaumen hoch! Schön. Ja. Hm. Ja, ich mach jetzt mal ein großes Popbox Opening hier, glaube ich. Jetzt? Soll ich mal 30 Popboxen aufmachen? Ja. Ich hab blaues. Ich mach 20 Popboxen auf. Nein. Ich habe das Duplikat. Cool. Oh, was weißes. Get Gold, als Markierung. Nein. Ich hab was Weißes. Jetzt auch. Ein gewöhnlicher Duplikat-Rahmen. Juhu. Fahr ich leider auch. Erste Kiste Duplikat. Zweite Kiste, was pink ist. Uh. Noch ein Duplikat. What the fuck? Ich hab Cozy Evening für Mabel bekommen. Ganz nice. Was? Hm. Dritte Kiste. Oh, was lilan ist. Oh, ich hab Red Chocolate bekommen. Ah, ein Duplikat. Zwei von drei waren Duplikat jetzt. Das Blaue ist. Winter Jacket. Ja, du weißt, dass ich das aufnehme, ne? Ja, die Winter Jacket ist, äh, auch nicht schlecht. Aber auch nicht wirklich schön. Zwei von zwei. Zwei Duplikate, zwei nicht Duplikate. Was pink ist. Oh mein Gott. Der ist wirklich gut. Der ist es wert gewesen. So, die sechste Kiste. Was weiß ist? Oh, den hab ich ja schon wieder als Duplikaten. Mensch. All die Sachen, die man sonst mit dem Code gekriegt hat, gibt's auch in Kisten jetzt. Das wusste ich gar nicht. Lila. Red Chocolate. Ja. Ich mach bis ich noch 2000 Münzen hab. Wahrscheinlich erstmal auf jetzt. Mabel Comic Style, ja. Da kommen doch jetzt ein paar Sachen hierzu. Was weiß ist? Untouchable. Uh, den nehm ich. Was Blaues hatte ich aber noch gar nicht, glaub ich. Ah, ein Duplikat für Mabel. Auch schon einige Duplikate. Ich glaub jetzt drei oder vier oder fünf Duplikate. Ich weiß es nicht. Three Hugs. Hm, auch nicht schlecht. Find ich eigentlich noch besser. Ja, stimmt. So, noch was weiß ist. Ja, ich glaub mein Glück hat mich jetzt auch verlassen. Duplikat. Also ich glaub ich jetzt mehr Duplikate als äh. Als neue. Und keinen einzigen Legendary bisher. Benji Popper. Naja, immerhin. Was lilan ist. Ah, die Nurse. Ja, ist auch nett. Also Killer, Killer Skins lohnt sich heute. Hard and Furious. Ja, bis 1000 geh ich runter, glaub ich. Da hab ich 2000 ausgegeben. Ah, ein Duplikat hab ich sogar in diesen Öffnungen schon bekommen. Also Duplikate sind der letzte Scheiß. Ohne Spaß. Topprop. Am Ende hab ich jetzt mal ein paar Titel tatsächlich. Über Markierungen heißen die ja. Ich hätte ja gern mal Legendary gehabt auch ne. Uh. Guter Junescan. Guter Junescan. Auch echt viel. Set Cheese. Find ich gar nicht so schlecht, aber. Auch nicht wirklich gut. So, was weiß es? Und zwar Potato. Ja. muss ich direkt an Potato mit McWhiskey denken. Einer meiner Lieblings-YouTuber. Und da haben wir Skylight für Chris. So, drei Kisten noch. Blau-Pistachio. Auch nett. Was weiß es? Nie Glück. Uh, Little Happiness. Passt aber nicht. Ja, ich rüsste ihn erst mal aus. Aber eigentlich passt er nicht zu meinem jetzigen. Letzte Kiste. Und was weiß es? Ich hätte echt gerne einen einzigen Legend-Auby zumindest gehabt. Uh. Nehme ich direkt. Ja, dann war es das mit den normalen Kisten. Dann mache ich noch zwei Duplikatskisten auf. Wo Duplikate drin sein können, was noch viel frecher ist. Eine blaue Duplikatskiste. Ein Duplikat in der Duplikatskiste. Dadurch kann ich noch eine Duplikatskiste mehr aufmachen jetzt. Was weiß es? Hm. Finde ich gar nicht so schlecht, die nehme ich. Und die letzte Duplikatskiste. Was weiß es? Hidden in the Grass. Naja. Okay. Ja, das war es dann mit den, äh, Kisten hier. Und das lief auch eigentlich ganz okay, finde ich. Was weiß ich es? Das war es dann nicht so schlecht. Nein, und das war es dann! vantil ist das Korreissgesetz. Was weiß es? Oh nein. Vielen Dank.